Hallo zusammen, ich bin Nora von Paz Academy und heute werden wir die Neuigkeiten von ARICAD 27 anschauen. Ja genau ARICAD 27. Ihr könnt schon das herunterladen und heute schauen wir an, was Neues gibt und wie coole Features ARICAD 27 hat. Für diese werden wir zuerst Lens Design benutzen. Lens Design ist ein Plugin für Rhino und mit Lens Design werden wir unsere Umgebung herunterladen und in dieser Gelände werden wir eigentlich einige Volumen als Variante, als Designoption speichern. Und das ist natürlich neu in ARICAD 27, das werden wir heute anschauen. Also wir sind hier in Rhino, das ist Lens Design, wie können wir Gelände manipulieren, wie können wir Bewässerung erstellen, natürlich Pflanzen, viele Objekte, alles parametrisch und natürlich die Daten und Informationen rauslesen. Aber für unsere Umgebung werde ich auf diese Icon die Höhendaten importieren und wir sehen, wie befinden wir uns in Zürich und ich werde eigentlich diesen Bereich mit dem Lens Gelände und auch mit dem Gebäude einfach importieren und herunterladen. Wenn ich auf dieser klicke auf importieren, dann müssen wir ein bisschen warten und dann haben wir eigentlich unser Modell in Rhino. Ich werde diese Gelände ausblenden, damit wir nur diese fotorealistische Gelände sehen. Das ist ein Mesh und sehen wir auch unsere Gebäude. Zuerst werde ich diese Gelände in Grasshopper einladen mit rechten Mausklick Set One Geometry und danach werde ich alle diese Gebäude einfach mit rechten Mausklick Set Multiple Geometry in Grasshopper laden und dafür werden wir die Archicad Grasshopper Verbindung benutzen und jetzt mit einer Aktivierung kann ich alle diese Geometrie sehr einfach in Archicad erstellen. Und jetzt sehen wir eigentlich alle diese Gebäude, auch unser Gelände hat sich geklappt und jetzt können wir unsere Varianten erstellen. Was sind diese Design Optionen? Also wenn hier unten auf diesen Link klicken, dann öffnen wir unser Design Option Manager und das ist nichts anderes als eine coole Oberfläche, wie wir unsere Varianten speichern können. Vorher hatten wir auch Möglichkeiten, zum Beispiel mit dem Umbau-Tool hat es auch immer geklappt, aber mit diesem Design Option Manager haben wir das besser im Griff. Also für diese können wir einfach eine neue Combination, also die Ebenen können eine neue erstellen. Ich werde Volumen Studie jetzt benutzen und hier kann ich auch ein Option Set erstellen, werde ich die gleiche Name benutzen, natürlich abhängig was ihr macht. Ihr könnt mehrere, auch mehrere Option Sets erstellen und natürlich auch mehrere Kombinationen. Und hier anstatt dieser Volumen Studie werden wir ein bisschen besser definieren, die Namen, zum Beispiel das wird unser Block 01 sein und dann werden wir noch einige Varianten erstellen. Wie können wir unsere Block 2 und Block 3, Block 4, aber natürlich hier können wir auch coole Fantasy Namen auch erstellen, damit wir das auch später wissen, worüber das geht. Und mit diesem Auge können wir immer ein- und abschalten und wenn wir auf OK klicken, dann hier sehen wir unsere Design Optionen und hier unter die Volumen Studie sehen wir alle diese Varianten, was wir jetzt erstellen werden. Also ich gehe jetzt zurück in in einem Geschoss und jetzt werde ich einfach ein sehr einfaches Volumen mit diesem Morph Tool zeichnen. So einfach werde ich eine Reddeck erstellen. Und das werde ich auch jetzt in 3D bearbeiten. Also hier haben wir unser Volumen. Ich werde das einfach, sehr, sehr einfach extruieren und ich werde diese als Variante, also Block 1 speichern. Wie kann ich das machen? Ich wähle unser Block 01 aus und dann mache ich einfach Re-Link. Und hier habe ich immer die Möglichkeit, entweder transparent das darstellen oder nicht. Und natürlich können wir mit der Transparent-Pause einfach immer die Farbe bestimmen und auch diese Transparenz. Gut, also jetzt können wir auch Variante 1 ausschalten und mit Block 2 werden wir eine neue Variante erstellen. Ich aktiviere jetzt Block 2 und jetzt zeichne ich wieder ein Morph. Einfach ein bisschen anders als vorher, damit wir auch die Varianten einfach sehen können. Gut. Und jetzt werde ich auch diese in 3D auswählen und jetzt werde ich das auch bearbeiten. Jetzt werde ich das extrudieren. So. Und ich werde das auch ein bisschen bearbeiten. Zum Beispiel hier werde ich eine Linie zeichnen, damit ich nur ein Teil von dieser Flasche jetzt extrudiere. Ein bisschen höher. Einige Meter. Und jetzt haben wir auch unsere Variante 2. Und jetzt kann ich auch als Variante 2 verlinken. Und jetzt sehen wir natürlich, das ist Variante 2. Und hier können wir immer das ein- und ausschalten. Also das ist unsere Variante 1. Ich kann das ausschalten und unsere Variante 2. So können wir sehr einfach damit arbeiten. In dem nächsten Video kommen wir noch mit mehreren Varianten. Wie können wir das viel einfacher, effizienter und schneller. Natürlich mit der Tabelle. Auch wie viel Quadratmeter Fläche erstellen können. Wir sehen uns bald. Ciao, ciao. Passacademy 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 Untertitelung des ZDF, 2020